Hallo, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich bin die Eva, ich bin Geburtscoach und Deodula und begleite seit 2019 Frauen bei der Vorbereitung auf ihre ganz persönliche Traumgeburt. Es ist mir mein Herzensanliegen, Frauen zu empowern, zu bestärken, für ein schönes Geburtserlebnis zu haben. Ich habe selbst zwei ganz unterschiedliche Geburten erlebt, beide in einer Klinik. Die erste Geburt war sehr herausfordernd, sehr lange, sehr schmerzhaft, auch zum Teil fremdbestimmt, obwohl ich mich darauf vorbereitet habe. Wir wussten, wir wollen noch weitere Kinder und deswegen war mir klar, die nächste Geburt darf anders sein. Wir haben uns aber dennoch für die Klinik ein weiteres Mal entschieden, aus verschiedensten Gründen. Und ja, ich habe mich da ganz intensiv darauf vorbereitet und habe verschiedene Konzepte mir angesehen, verschiedene Dinge ausprobiert. Und für mich ein Konzept zusammengestellt, was ich einfach umsetzen konnte, wo ich wusste, das wird gut funktionieren. Ich habe mich vorbereitet, ganz intensiv und das habe ich angewandt in der Geburt, in der zweiten Geburt von meinem Sohn. Der ist mittlerweile zwei Jahre alt und ja, das hat so wunderbar funktioniert. Ich durfte eine traumhaft schöne Geburt erleben, selbstbestimmt, ohne Angst. Es war fast eine Alleingeburt in der Klinik und ich habe mich zu jedem Zeitpunkt in der Geburt wohlgefühlt. Ich war im Flow und das Schöne war, ich habe keine Schmerzen empfunden. Und dieses Erlebnis, das stärkt mich bis heute, meine ganze Familie. Und das hat mir so viel gebracht, auch für mich als Frau, dass ich das weitergeben möchte. Und meine Vision ist, dass jede Frau eine schöne Geburtserfahrung machen kann. Und deswegen helfe ich Frauen dabei, sich vorzubereiten, ganz intensiv auf ihre Geburt. Und es ist so schön, dass du heute dieses Video ansiehst. Du bist vermutlich schwanger und möchtest dich auf die Geburt einstimmen. Und ja, ich möchte dich einladen, komm super gern mit mir in Kontakt. Aktuell biete ich einen Online-Kurs an zur Geburtsvorbereitung mit Hypnobirthing-Techniken. Der geht sechs Wochen. Wir sind eine ganz persönliche Gruppe von Frauen, eine kleine Gruppe. Und wir sind da ganz intensiv im Austausch, sind da eng verbunden. Und ja, mein Kurs ist ein ganzheitliches Programm. Wir lernen nicht nur diese Techniken, die du brauchst für die Geburt, um eine sanfte Geburt zu erleben, sondern auch, was genauso wichtig ist, wenn nicht sogar noch ein bisschen wichtiger, dein Mindset. Ja, dass du voller Vertrauen in die Geburt gehen kannst, ohne Angst, ohne Unsicherheit, dass du weißt, du kannst gebären, du weißt, dein Körper kann das, du kannst das, dein Kind gemeinsam mit deinem Kind zusammen, ihr schafft das. Und diese dritte Säule, also einmal die Hypnobirthing-Techniken, da habe ich ganz eigene Techniken entwickelt, die sind einfacher wie vom Hypnobirthing, finde ich. Ich fand sie viel einfacher umzusetzen. Dann dieses Mindset, ja, dein starkes Mindset. Die dritte Säule ist, ja, diese Verbindung zu spüren zu deinem Kind, zu deinem ungeborenen Kind. Diese Verbindung, ja, zu stärken, sodass ihr auch auf Seelenebene Kontakt aufnehmen könnt. Und das funktioniert wunderbar in der Schwangerschaft. Ihr seid so eng verbunden. Niemals mehr bist du so eng verbunden mit einem Menschen. Und ihr könnt auf Seelenebene in die Kommunikation gehen, einen Dialog führen. Das ist unfassbar schön und wertvoll. Und das zeige ich dir. Das wird dir auch in der Geburt helfen. Da kann es bei dir zu bleiben und in Verbindung mit deinem Kind zu sein. Ja, und künftig werde ich auch Geburten begleiten. Also auch während der Geburt als Doula an deiner Seite sein können. Online wohlgemerkt, weltweit. Also dieses Angebot werde ich in nächster Zeit, ja, umsetzen können. Und ja, ich freue mich einfach total drauf, dich nicht nur bei der Vorbereitung deiner Geburt zu begleiten, sondern auch während der Geburt und darüber hinaus im Wochenbett. Was auch eine ganz wichtige, magische Zeit ist, wo ich an deiner Seite sein kann. Ja, wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ja, ich möchte mit der Eva in Kontakt kommen, freue ich mich da total drüber. Du kannst mich jederzeit telefonisch kontaktieren oder über meine Webseite www.deine-traumgeburt.de oder auch über Instagram unter echt deine Traumgeburt. Also du findest mich auch bei Facebook überall. Und ich freue mich total, von dir zu hören, mit dir und deinem Kind in Kontakt zu kommen und dich zu empowern für dieses magische, lebensverändernde Ereignis, das ansteht bei dir. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und bis ganz bald.